Liebster, liebster Josef mein, wo wird heute Nacht unsere Herberg sein? Da drüben am Berge, da geht ein Mann. Den wollen wir am Herberg sprechen an. Ei was, um Herberg sprechen an? Ihr seid so viele. Frau, Kind und Mann. Dazu sehe ich euch für solche Leute ein, die nicht viel Geld zu zahlen haben. Ach, tut's doch, Unbarmherzigkeit. Gott wird's lohnen in Ewigkeit. Kein Raum im Saal ist überall. Hm, wollt ihr schlafen in meinem Stall? So könnt ihr dort gehen hinein mit Josef und eurem Kinderlein. Josef, liebster Josef mein, im Stall wird kalt schlafen sein. Und kann es denn nicht anders sein? So müssen wir uns ergebend rein und müssen eben damit verliebt und darüber nicht werden betrübt. Seht, wo die beiden Huppen stehen. Da könnt ihr in den Stall reingehen.